Sarah Kalesche Ullrich ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Kurz nach ihrem Realschulabschluss wurde Sarah Ullrich 2005 für die Daily Soap unter uns entdeckt. Sie spielte von Dezember 2005 bis November 2009 die Rolle der Romy Sturm, die zuvor von Nike Martens verkörpert wurde. Die letzte Folge mit Ullrich strahlte RTL am 2. November 2009 aus. Seit Oktober 2012 ist sie in mehreren Werbespots des Elektronikhandels Media Markt zu sehen. Ullrich lebt in Bruchköbel Oberessichheim, Filmografie, 2005-2009, unter uns, 2011-2012, ein Fall für die Anrainer, 2012, Alarm für Cobra 11, die Autobahnpolizei, 2013, Inga Lindström, das Geheimnis von Gripsholm, 2014, 14. Kreuzfahrrad ins Glück, Türkei